Das ist eine Welt, das hat nichts damit zu tun, nichts mit sich zu blockieren, nur verdreht. Das habe ich voller und deshalb habe ich diesen Müll hier hergebracht. Also guck mal, hier hast du Mülleimer, wenn du Sachen in den Mülleimer schmeißen musst du die Sachen über den Sound schmeißen. Ja, das sind die Flyer, die sie hier gerade geklaut hat, da rüber geschmissen hat, über den Zaun. Da sind sie mal wieder wie Kulturzerstörer. Ja, gut. Ich halte den Scheiß hier. Weißt du, warum wir so viele Ratten haben? Weil Leute wie du gerade diesen Scheiß machen, nur hier Müll werfen. Und unsere drei Hungersöhne einfach in Trost machen. Ich habe keinen Plan, sondern Fakten. Nur einfach acht Spielchen machen. Dann steh mal ein bisschen zu lange, wie wir sie haben. Wir werden überwichen. Tschau auf die Schnappe! Er soll kein Müll, aber er soll kein Müll in die Ratten hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017